Hallo, herzlich willkommen zurück und ich glaube diese so wie die letzte Folge werde ich irgendwie nennen, wenn alles schief geht. Weil genau danach sieht es nämlich aus, ich speichere das jetzt tatsächlich mal extra. Fail Proximus Normalerweise hätte Vegebond ja da irgendwer mir in die Fresse hauen müssen, ne? Wortwörtlich. Naja, schauen wir mal. Wie sich das noch so entwickelt hier. Ja, ist ja kein Ding, oder? Lösen und angreifen. Wort ab die Post. Kann ja auch sein, dass wir es trotzdem nach hinten kriegen. Mal schauen. Ach ja. Ach ja. Mach das Mistvieh! Mach das Mistvieh! Mach das Mistvieh! Mach das Mistvieh! Mach komm mal! Ich hab das Mistvieh erwischt. Ich hab das Mistvieh erwischt. Nichts anderes hätte ich ja behattet. Ich glaube noch haben wir nicht verloren, ja. Schauen wir mal. Ja, was denkst du denn? Ich habe Schande über ein Volk gebracht. Oh yeah. Das rockt jetzt aber so richtig hier. So ein Feld kann ja auch Fun machen, ne? Ach, nur die. Okay. Ja, dann machen wir schon. Ja. 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 Die machen wir schon fertig hier. Pass mal auf. Na ja. 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 Bist doch so gut wie tot. Wie geht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Ja, dann. Ich bin eine Schande für mein Volk. Ich hab das Misty erwischt. Ich glaub zum besten wenden kann ich das so hier nicht mehr. Ich glaub ich pack das in ne extra Playlist. Fun with Fail oder so. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Nicht der Rede wert. Wie sieht's aus? Wir halten uns wacker, Sir. Ich glaub färmliche Nachkommen von Affen. Ich könnt' ein bisschen Hilfe brauchen, Kumpel. Schau, gute Nacht, Mietze-Katze. Viel erbärmlichen Nachkommen von Affen. Es war ins Gras. Wir konnten für den Wiedsmappel wagen, es anzugreifen. Ich könnte ein bisschen Hilfe brauchen. Ja. Es war ins Gras. Viel erbärmlichen Nachkommen von Affen. Komm da schon, Junge. Wir halten uns wackerst. Ah. Ah. Ja, das ist ziemlich eindeutig fail hier. Die Dinger dann auch noch. Na ja. Keine. Wir müssen notgedrungen unseren Jump-Point aufgeben. Es bleibt uns nicht anders übrig, als zur Erde zu fliegen und zu versuchen, den Feind von dort abzuwehren. Es geht um nicht wie gesagt, der Kabel. Wir werden hier ein paar Kabel unterfließen können. Außer man verarbeitet uns zuvor. Sie können landen, aber machen Sie schnell. Wir verschwinden in 60 Sekunden von hier. Okay. Aber man kann ja so ein Fail auch mal zeigen, ne? Das gehört zum Spiel ja absolut mit dazu. Okay. Dann geht es doch nicht besonders. Dann geht es nicht mehr. incarisch. Ah, keine. Sie kennen die Situation ebenso gut wie ich. Ich sage es nur ungern, aber... ...wir werden uns wohl nie mehr wiedersehen. Keiner von uns will unter der Kilraffe-Herrschaft leben. Also verlange ich von Ihnen, dass Sie kämpfen, wie Sie bisher noch nie gekämpft haben. Um der Pflicht willen, um der Ehre willen, um der gesamten Menschheit willen. Keine. Was man für Aufwand betrieben hat. Das ist echt genial.